Schönen guten Tag zusammen euch, einen schönen Sonntag, euer Serge Menga. Ja, ich poste momentan mehr Videos als sonst, obwohl ich eine Demokratische Republik Kongo bin. Das ist für mich ja auch eine Art Ventil, um einfach mal ganzen Frust und Enttäuschung über das, was momentan in der Welt so passiert, einfach mal auch rauszulassen und auch mit euch zu kommunizieren. Austausch ist momentan das Wichtigste, wenn ich auch einige wichtige, gute Informationen bekommen möchte, denn ich sage euch ganz ehrlich, den Medien im Fernsehen, sei es ARD, ZDF oder wie die alle heißen, CNN, traue ich für kein Stück. Ja, alle sagen, werden da getätigt, wenn man noch ein bisschen nachdenkt, denkt man, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ja, aber worauf ich heute hinauskommen möchte oder worüber ich mit euch reden möchte, die gehen jetzt hin und sagen zu Russland, ja, Swift und 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 einstellen konnten von Putin und seine, wie heißt das, Leute einfrieren und und und. Deutschland will jetzt, ja, hier im Kongo läuft das gerade, könnte ich jetzt umdrehen, also im Fernsehen, rede am Bundestag, sehe ich gerade aktuell im Kongo, die wollen 100 Milliarden an Verteidigung investieren. Wow, super, okay, ich bin der festen Meinung, das wissen wir alle, Russland wird die Ukraine einnehmen, okay, und Russland wird drauf scheißen, auf all das, was momentan an, wie heißt das, Abgrenzungen gegenüber Russland weltweit stattfindet, da werden die einfach drauf scheißen. Wisst ihr warum? Russland ist auch für diese Welt immer noch wichtig, ein wichtiger Energielieferant, nicht nur das, und Russland hat auch Geld. Ja, ich habe beim letzten Video gesagt, Russland hat richtig viel Geld angehäuft. Und die Trumpfkarte, die Russland hat, es hat außer Europa noch einige Länder weltweit, bis hin in Afrika, mit dem Russland eine Top-Partnerschaft führt, das ist schon mal das Zweite, und das Dritte, Russland hat mit einer der mächtigsten Partner der Welt, das ist China, okay, dann wird also Putin hingehen, weil der wird ja momentan so dargestellt, als wäre der einfach nur doof, würde den ganzen Tag nur Wodka saufen und irgendwelche Beeren hinterherlaufen im Ingenwald. Nein, Mann, der Typ ist ein Stratege, ja, der hat Berater, ja, die Russen sind überall auf der Welt verteilt, überall haben die ihre Kohle, versteht ihr? So, und wenn Europa sagt, ey Putin, und Amerika sagt Putin doppelfach, dann sagt der Putin, wisst ihr was, ich habe leider nur zwei Hände, aber ich würde euch euch sechsmal zeigen. Denn was wird nämlich passieren? Und China hält doch aktuell auch zu Russland. Glaubt ihr wirklich, wenn diese beiden Mächte, sagen wir mal zu, wir arbeiten eng und eng zusammen, und hey China, bitte unterstütze mich, dass ich all das, was ich brauche, was ich für meine Bevölkerung brauche, zum Leben brauche, Energie und Austausch und, 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 dass China dann sagt, nee, mache ich nicht. Mann, China ist aufgebaut auf Milliarden, sogar zu sagen Billionen, ja, China hat die Welt so in der Hand, ja, die Seidenstraße, die sie gebaut haben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel China und Russland mittlerweile geplant haben für die nächsten Jahre auf dem schwarzen Kontinent. Und da ist es einfach nur eine Farse, wenn man hingeht, bei solchen Mächten, bei solchen großen, mächtigen Ländern einfach hinzugehen mit irgendwelchen dummen Sanktionen. Meint ihr Putin heute jetzt, weil ihr Big Swift eingefroren habt, für Russland, oder die nicht über euren Luftraum fliegen dürfen? Das wussten die vorher. Der Typ ist nicht erst seit gestern in der Politik. Geht doch hin und sucht doch konkrete Gespräche und gesteht doch einfach mal eure Fehler ein. A la NATO, Europäische Union und Amerika. Ihr habt doch die Verträge doch auch nicht, und Abmachung gegenüber Russland doch auch nicht eingehalten. Das kann jeder Depp im Internet recherchieren. Ja, dieser Krieg ist doch einfach nicht von alleine zustande gekommen, weil der böse Russe einfach meint, ich knall die Ukraine weg. Nein, wir haben alle zugesehen, wo es doch gestartet ist, vor acht Jahren. Wer hat da was gesagt? Und da irgendwelche Waffen jetzt zu liefern, äh, 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 was wollen wir damit erreichen? Ich dachte, ihr seid auch alle gegen Krieg. Ja. Eine Lösung ist möglich. Und die Lösung wird sich zeigen. Er wird Ukraine einnehmen, und danach wird kein Arsch mehr in Europa was davon wissen wollen. Und dann heißt es, let's go back to usual business. Wollen wir wetten? Ich wette, weg geht mit. Euer Serge Menga. Ciao. Und nicht vergessen, Peace, Love and Harmony and Colorblindness. Peace, Love and Harmony and Colorblindness.